Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Ich hatte euch ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, in einer meiner letzten Folgen gefragt, ob ihr euch mal den Fall Manfred Seel wünschen würdet, dass ich euch den einmal vortrage. Viele hatten da für Ja gestimmt oder auch Kommentare dazu geschrieben, sodass ich euch den Fall jetzt ausgearbeitet habe. Ich muss aber diesmal wirklich eine Triggerwarnung aussprechen, das mache ich nur noch ganz selten. Ich schreibe ja meistens in den Folgen nur etwas dazu, wenn man jetzt die Videos bei YouTube sieht. Alle anderen, die sich den Fall jetzt auf den Podcast-Portal-Kanälen anhören, die kriegen diese Warnung nicht, weil ich die immer nur in meine YouTube-Videos vorne reinsetze. Aber bei Manfred Seel muss ich diese Warnung jetzt einfach einmal aussprechen. Es ist wirklich richtig, richtig krass. Es sind Fälle, die er mutmaßlich, muss man immer noch sagen, begangen hat, die wirklich ganz, ganz, ganz schlimm waren und die sehr, sehr abartig auch wirklich sind. Und selbst ich, die ja viel mit True Crime zu tun hat, recherchiert, viel darüber liest, sich Dokus anguckt und, und, und. Ich kann mir zum Beispiel eine spezielle Doku zu dem Fall, die ich euch auch verlinken werde, nachts nicht angucken. Ich bin da sehr zart beseitet, scheinbar. Also ich kann das nicht. Und Leute, die ja noch zart beseiteter vielleicht sind wie ich, die sollten den Fall vielleicht nicht hören. Ich kann es nicht beurteilen. Aber die Details, die er den Frauen mutmaßlich angetan hat, sind einfach wirklich ekelerregend und einfach ganz, ganz schlimm. Also überlegt selber, ob ihr den Fall Manfred Seel hören wollt oder eben nicht. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Ich habe das versucht, so gut ich konnte, zu recherchieren und euch jetzt auch vorzutragen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach dann mit dem Fall Manfred Seel. Und wie immer freue ich mich am Ende des Videos oder der Folge zu Kommentaren bei Instagram und natürlich auch bei YouTube. Ich habe auch etwas länger überlegt, wie ich diese Folge jetzt überhaupt beginnen soll. Denn vieles im Fall von Manfred Seel sind eben nur Indizien. Und bei vielen geht man eben nur von den Morden aus, die er begangen haben könnte. Beweise dafür gibt es keine, außer immer gleiche Tatabläufe zum Beispiel. Und Aussagen aus dem Rotlichtmilieu, die untermauern, dass Seel halt auch dort oft gewesen ist und auch bei speziell gewissen Frauen auch auf jeden Fall ein Freier gewesen ist. Anfangen möchte ich aber daher erstmal, euch über die Person Manfred Seel zu berichten und das, was ich von ihm aus den Medien so finden konnte, seinen Lebenslauf, da dieser auch nicht ganz unbedeutend für die möglichen späteren Taten gewesen sein könnte. Manfred Adolf Seel wuchs als Einzelkind auf. Geboren wurde er am 30. Oktober 1946 in Königstein im Taunus. Heute wird er von der Presse gerne als Hessenripper betitelt. 1957 ging er auf die Realschule in Oberursel. Danach absolviert Seel in der Traditionsdruckerei in Frankfurt in der Mainzer Landstraße eine Lehre als Klischee-Etzer. Der Beruf ist allerdings heute nahezu ausgestorben. 1967 dann begann für Seel der zweijährige Wehrdienst. Von 1986 bis 1969 diente Seel dann in der Stolbenkaserne in Gießen. Ab 1970 dann arbeitete Seel in seinem gelernten Beruf in Frankfurt. 1973 begann er dann auf dem zweiten Bildungsweg ein Studium für Kunst und Sozialgeschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt, was er aber nach kurzer Zeit abgebrochen hatte. Ab 1968 führte er mit seinem Partner und Freund Werner Lederer ein kleines Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen in Schwalbach. 1973 heiratete Manfred Seel seine Ehefrau. Diese verstarb allerdings im Jahr 2013. 1979 wird Seels einziges Kind seine Tochter geboren. Auch als Musiker war Seel sehr bekannt. Er spielte von 1985 bis 2014 Klarinette und Saxophon in der Band Overworld Jazz Gang. 2014 dann, am 26. August in Schwalbach am Taunus, stirbt Manfred Seel an Speiseröhrenkrebs. Die Diagnose dazu erhielt er auch erst im November 2013. Und erst danach wird Seel auch bekannt in den Medien und beschäftigt Ermittler und Behörden bis heute. Seine Tochter sagt in einer polizeilichen Vernehmung später, wie froh sie ist, dass ihre Mutter vor ihrem Vater verstorben ist. Sie hätte die Wahrheit über ihren Ehemann sicherlich nicht ertragen können. Aber um welche Wahrheit geht es? Für diejenigen unter euch, die jetzt zum ersten Mal von dem Fall Manfred Seel hören. Seels Tochter war nach dem Tod ihres Vaters dabei, ihr Elternhaus zu entrümpeln. Aber es gab auch noch eine angemiedete Garage von Seel, die voll bis zur Decke gewesen sein soll. Diese Garage befand sich aber nicht auf dem Hausgrundstück. Der Verlobte von Seels Tochter beschloss, sich dann um diese Garage zu kümmern. Diese befand sich in einer Sackgasse in Schwalbach im Taunus. Zwischen Autobatterien, Leergut und Eimern standen zwei blaue Plastiktonnen mit schwarzem Deckel. Eigentlich sind diese zum Beispiel für Gefahrenstoffe geeignet. Der Verlobte öffnet also eine der Tonnen. Er glaubt in dem Moment selber nicht, was ihm geschieht. Er sieht in einem der Tonnen zwei menschliche Beine, diese liegen mit den Füßen nach oben, und einen rechten Arm. Er ruft daraufhin Seels Tochter an, und die beiden rufen zusammen die Polizei an. Als die Beamten dann antreffen, scheuen sie sich nicht, auch die zweite blaue Plastiktonne zu öffnen. Darin der Torso und Kopf einer Frau. Alle Leichenteile zeigten starke Verwesungsprozesse. Trotz des starken Verwesungsprozesses konnte die Polizei in Frankfurt die Identität der Toten schnell ausfindig machen, da sich trotzdem noch Fingerabdrücke abnehmen ließen. Es handelte sich bei der Toten um Britta Simone Diallo, die ich jetzt immer mit Simone Diallo oder Simone abkürzen werde. Damals 43 Jahre alt, Straßenprostituierte aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Zuletzt sah man Simone Diallo im Herbst 2003. Ihre Daten waren wegen kleinerer Delikte im Polizeicomputer gespeichert gewesen. Diallo war alkohol- und vermutlich auch drogensüchtig. Sie verkaufte sich für wenig Geld auf dem Straßenstrich, nahm auch Gewalt und Erniedrigung ihrer Freier hin um ihren Rausch, finanzieren zu können. Eine Kioskbesitzerin erinnert sich an Simone Diallo. Sie ließ damals im Kiosk oft anschreiben, da ihr Geld fehlte und oft bettelte sie dort auch um Bier. Auch ihr Erscheinungsbild sei oft sehr unsauber gewesen, wie von jemandem, der überwiegend auf der Straße leben würde. Sie sei auch sehr naiv gewesen, das perfekte Opfer für jemanden, der andere Menschen nur als ein Objekt sieht. Eine andere Frau erinnert sich daran, dass Simone Diallo regelmäßig von Manfred Seel abgeholt wurde und er ihre Dienste in Anspruch nahm. Auch soll er Stammkunde auf dem Straßenstrich gewesen sein ab Anfang der 90er Jahre. Oft kam er wohl samstags, wenn es dunkel draußen wurde. Die Frau, die damals auf dem Straßenstrich gearbeitet hat, erzählte auch, dass Seel auch mal ihr Kunde gewesen sei und sie habe ihn als besonders schlimm in Erinnerung. Er habe sie misshandelt und seine Augen seien hasserfüllt gewesen und er hätte immer, oder an diesem Tag, wo sie ihn eben als Kunde hatte, sehr schlimme Laute von sich gegeben. Später meldete sie Seel sogar bei einer Hotline für Prostituierte, um vor Seel zu warnen. Das Hass erfüllte, mag man ihr gut glauben, wenn man sich die Details der Gerichtsmedizin über die tote Simone Diallo anhört. Und dies ist nun wirklich nichts für schwache Nerven. Sie starb nach einem Martyrium. Sie wurde gequält und verstümmelt. Laut Polizei lässt sich nicht ausschließen, dass Diallo noch lebte, als ihr mit einer Handsäge Arme und Beine abgetrennt wurden. Auch an sexuell relevanten Zonen zeigen sich Verletzungen, die Simone Diallo vermutlich bei vollem Bewusstsein erlebt haben könnte. Es fanden sich im Bereich vom Knie, Becken, den Brüsten und dem Vaginalbereich insgesamt acht Nägel. Außerdem fanden sich am Leichnam Stich- und Schnittverletzungen. Die LKA-Chefin Sabine Thurau bezeichnete die Tat als Spitze der Auslebung seiner sexuellen Präferenzen. Der Fahnder Frank Herrmann schließt aufgrund der Grausamkeit eine Einzeltat nahezu aus. Nach dem Leichenfund in Seels Garage durchsuchte die Polizei daraufhin auch sein Wohnhaus. Dort fanden sich im Keller, den Seel wohl als sein Eigen genutzt hat, fünf Terabyte Datenmaterial, Bilder sowie Filme von Gewaltpornos und gewaltverherrlichen Materials, Szenen von Hardcore-SM-Pornos und schwersten Gewalttaten, sogenannte Snuff-Filme. Auch fanden sich Hardcore-Pornomagazine und extreme Manga-Hefte in dem Bereich in Seelsbesitz. Die Verletzungen an Simone Dialus' Körper gleichen sich aus einem der Hardcore-Manga-Hefte, in denen sich Manfred Seel vermutlich Inspiration für seine Taten hergeholt hatte. Auf dem einen sieht man zum Beispiel, wie ein Manga-Comic Nägel in der Brust hat. Man geht auch davon aus, dass Seel im Darknet aktiv war, in speziellen Foren und er vermutlich eine Software genutzt hat, dass er keine Spuren dort hinterlassen hatte. Auch fand sich im Keller, und das finde ich eigentlich schon sehr verdächtig, eine Foto-Entwicklungsmaschine vor. Sowas kenne ich ehrlich gesagt nur aus schlechten Horrorfilmen, wo Täter Fotos von ihren Opfern dann im Keller entwickeln. Vermutlich, so gehe ich davon aus, wird Seel seine möglichen Opfer, auf die ich gleich natürlich noch kommen werde, fotografiert haben und die Fotos dann natürlich selbst entwickelt haben, weil niemand sonst die Fotos natürlich für ihn entwickeln konnte. Vermutlich war das Entdeckungsrisiko ihm da einfach zu hoch, und auch die Ermittler halten es für sehr unwahrscheinlich, dass keine Aufnahmen der Opfer gefertigt wurden. Fotos allerdings, die Seel mit dieser Maschine entwickelt haben könnte, fanden sich keine im Haus. Da Seel ja auch schwer erkrankt war und er vermutlich wusste, dass er bald stirbt, könnte ich mir gut vorstellen, dass er die entsprechenden Fotos vorher entsorgte, aber wieso hat er da nicht die Leiche auch entsorgt? Vielleicht reichte die Kraft dafür ja nicht mehr körperlich aus, das weiß ich natürlich nicht. Oder aber, so gehen die Ermittler davon aus, könnte auch die Tochter vielleicht das Weißmaterial versehentlich bei der Wohnungsentrümpelung entsorgt haben. Die aufgefundenen Fotos auf den Festplatten von Seel, diese 5 Terabyte, die ich ja eben schon kurz erwähnte, durchforsteten die Ermittler natürlich ganz genau. Die Soko Alaska gründete sich, Alaska, da Seel dafür bekannt war, auch im Sommer Pelzkleidung getragen zu haben und er gerne nach Alaska in den Urlaub geflogen sei. Ermittler durchforsteten tagelang die gefundenen Videos und Bilder. Sie stoßen auch auf Fotos, die den Verletzungen von Simone de Jallo sehr ähnelten. Diese waren also fast identisch zugerichtet. Da sich so viele zugerichtete Frauenkörper auf diesen Fotos gezeigt haben, glich die Soko auch viele ungeklärte Altfälle mit diesen Verletzungsbildern ab. Auch stellte sich für die Beamten die Frage, wie weit reichten Seels Taten zurück. Denn immerhin war Manfred Seel ja 1946 schon geboren und die Tat an Simone de Jallo war sicherlich dann also nicht seine erste. Die Beamten durchforsteten also monatelang Fälle, auch sehr alte, aus dem Rhein-Main-Gebiet, seit der Nachkriegszeit. Sie sortierten am Ende die Fälle heraus, bei denen das Verletzungsbild immer dasselbe war. Würgemale am Hals, Schnittverletzungen am Unterbauch, Entnahme von Organen, Abtrennen von Gliedmaßen und vor allem auch Verletzungen an sexuell relevanten Zonen. Von allen Opfern wurde mindestens ein Körperteil oder Organ nie gefunden. In einer Pressekonferenz teilte ein Ermittler mit, dass man mit all den entnommenen Körperteilen sich schon fast wieder einen ganzen Körper zusammensetzen könnte. Möglicherweise war auch das ein Ziel des Täters, wenn dieser denn für all die Morde in Frage kommt. Es wurden am Ende anderthalb Jahre Recherche der Ermittler. Das Bild wurde zumindest dann so komplett, dass man erahnen kann, welches Ausmaß die Mordserie von Manfred Seel gehabt haben könnte und welche ungeklärten Mord- oder Vermisstenfälle die Soko Manfred Seel außer dem Mord an Britta Simone Diallo zugerechnet werden können. Und davon werde ich euch nun erzählen. Chronologisch wäre der erste Fall aus den 70er Jahren der grausame Mord an Gudrun Ebel, den man ganz weit aus dem Archiv herausgeholt hat. Wobei die Ermittler und Profiler nicht davon ausgehen, dass es eine Ersttat war, denn dafür ist diese zu grausam gewesen. Aber dies ist der erste Fall, der laut Ermittlern Manfred Seel zugeschrieben werden könnte. Vorher könnte dieser aber zum Beispiel Leichenschändungen vorgenommen haben oder Tiere gequält haben oder eben Taten begangen haben, die unentdeckt blieben. Zu diesem Zeitpunkt war Seel 25 Jahre alt. Gudrun Ebel war 1971 19. Sie war Reinigungskraft- und Altenpflegehelferin im Johanna-Kirchner-Stift-Altenheim. Im Februar 1971 entdeckten Spaziergänger in einer Gartenhütte, die eigentlich Jäger genutzt haben, am nördlichen Stadtrand von Frankfurt ihre Leiche. Gudrun Ebel wurde erdrosselt. Der Täter schnitt ihr danach den Bauch auf und entnahm dann Dünndarm, Gebärmutter und den rechten Eierstock. Rechtsmediziner damals notierten, dass der Täter anatomische Kenntnisse gehabt haben musste. Heute urteilt ein Kollege darüber, dass er sich diese mit Sicherheit angeeignet haben könnte. Gudrun Ebels Schwester erinnert sich heute noch daran, wie die Eltern damals wütend wurden, weil Gudrun vier Tage zu Hause ferngeblieben ist, ohne sich zu melden, und wie dann die Polizei mit der grausamen Nachricht vor der Tür stand. In Gudruns Blut fand man auch Alkohol und ihre Schwester, die geht heute davon aus, dass Gudrun von jemandem abgefüllt wurde und dann gingen sie eben zu dieser Gartenhütte, denn sie hat gesagt, Gudrun wäre nicht der Typ dafür gewesen, sich sonst in so eine Hütte halt locken zu lassen. Nur zwei Morde später, im April 1971, gehen die Taten weiter. Diesmal besteht schon ein kleiner Zusammenhang. Das mutmaßliche Opfer von Manfred Seel, also das nächste nach Gudrun, könnte Hatice Eriko Roglu gewesen sein. Die türkische Altenpflegerin war ohne ihre Familie nach Deutschland gekommen, da sie diese später nachholen wollte. Sie hatte bereits zwei Kinder und einen Mann und sie selbst war 23. Der Zusammenhang besteht darin, dass Hatice sowie Gudrun im selben Altenpflegeheim gearbeitet haben, gekannt haben die beiden sich aber nicht. Manfred Seels spätere Arbeitsstätte war sehr nah an diesem Altenheim dran. Hatice wurde damals von ihrem Mörder auf der Kamberger Brücke in der Kamberger Straße in Frankfurt attackiert. Sie erlitt massive Verletzungen am Kopf, das Gesicht wurde dabei komplett zertrümmert. Auch Verletzungen im Intimbereich haben stattgefunden und er wurde teils auch herausgetrennt und lag unweit ihrer Leiche. Auch ein Teil der linken Brust wurde amputiert, diese nahm der Täter aber mit. Die Polizei stuf den Täter damals als sexuell sadistisch ein. Auch noch ein Detail dazu. Manfred Seel kündigte damals zu der Zeit seinen Job in der Mainzer Landstraße 250. Dazu muss man wissen, das Altenheim war von Seels Arbeitsort damals einen Kilometer entfernt und von der Brücke, wo Hatice attackiert wurde, sogar nur 450 Meter. Also er kannte sich da bestens aus. Die Polizei fragt sich, ob der Täter oder eben auch Manfred Seel, man muss dabei ja immer von mutmaßlich sprechen, seine Opfer, also Gudrun und Hatice, eventuell in einer Partylocation in der Nähe kennengelernt haben könnte oder auf einer ehemaligen Brachfläche, die häufig als Jugendtreffpunkt damals gedient hat. Der nächste Mord, auf den ich gleich noch eingehen werde, ist aber erst 1991 wieder passiert, den man laut Ermittlern Manfred Seel zuschreiben könnte. Wieso dann diese lange Pause, das sind immerhin 20 Jahre? Das erklären sich die Ermittler so. Er lernte danach ja seine Ehefrau kennen, die er dann 1973 heiratete. Und 1979 wurde dann ja seine Tochter geboren. 1986 gründete er mit seinem Partner Werner Lederer die Entrümpelungs- und Gartenbaufirma in Schwalbach. Und ab 1985 begann er ja auch in der Band mitzuspielen. Laut Ermittlern und Profilern könnte Seel diese Jahre möglicherweise keine Taten begangen haben, da er in weitestgehend stabilen Verhältnissen gelebt hat. Bis vermutlich dann 1991 irgendwas wieder ins Wanken geriet. Im Juni fand man dann nämlich die Leiche von Gisela Singh. Sie war 36 Jahre alt und Mutter einer Tochter. Gisela war heroinabhängig, obdachlos und dazu noch HIV-positiv. Zuletzt wurde sie damals am 14. Juni 1991 am Café Fix einer Drogenberatungsstelle in der Frankfurter Moselstraße gesehen. Regelmäßig wurde sie vom Rettungsdienst in die Uniklinik gebracht, zugedröhnt und bewusstlos. Kurz zuvor war sie in ärztlicher Behandlung. Dort stellte man fest, dass ihre HIV-Erkrankung sich schon im fortgeschrittenen Stadium befunden hatte. Sie hatte mit den Freiern auch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Auch sei sie bei komischen Typen eingestiegen, die andere Frauen gemieden haben, um ihre Sucht zu finanzieren. Laut Ermittler Herrmann sei auch Gisela das perfekte Opfer gewesen. Schwach und ganz unten angekommen und nur wenige hätten sie vermutlich vermisst. Man fand Gisela Sings Leiche dann, 14 Tage nach ihrem Verschwinden, unter einem Reisekaufen an einem Parkplatz im Hofheimer Wald. Ich stelle dazu den YouTube-Nutzern im Video Bilder zu ein. Ihre Leiche deckte der Mörder mit Ästen und Laub zu. Ihre Schuhe, Hose und Socken drapierte der Täter fein säuberlich neben ihrem Kopf. Ihre Schuhe stellte er auch am Kopf ab. Zuvor hatte der Täter ihren Körper auch wieder geschändet. Der Bauchraum war geöffnet und der Dünndarm wurde entfernt. Der Täter hatte vermutlich keinen Sex mit Gisela Singh, sondern es ging ihm nur um das Quälen und die Entnahme von Körperteilen. Beim Auffinden war ihre Leiche schon sehr stark verwest. Ein Tag nach dem Auffinden von Gisela Singh reist Manfred Seel nach Florida. Eine Prostituierte ist sich später sicher, dass Seel ein Freier von Gisela Singh war. Sie sah damals, wie er sie mal brachte und holte. Im Dezember 1993 starb dann ein Opfer, wo die Ermittler keinen genauen Bezug oder, sagen wir mal so, keine direkte Annahme haben, dass es Seel gewesen sein könnte, es aber aufgrund dieses Verletzungsbildes nicht ausschließen. Bei den Taten zuvor konnte man aber immer indirekt Verbindungen sehen. Und zwar starb 1993 Dominique Monroes, zuletzt gesehen am 3. Dezember, vermutlich war das auch ihr Todestag. Sie war 31 und kam eigentlich von der Karibikinsel Martinique. Sie hatte in Deutschland auch keinen festen Wohnsitz. Sie war drogenabhängig, auch war sie in der Prostitutionsszene eine Außenseiterin, da sie sich unter den üblichen Preisen verkaufte. Man fand Dominique bei Straßenarbeiten. Ihr Torso war in einem Müllsack an der Friedberger Landstraße abgelegt worden. Der Täter trennte ihren Kopf mit einem Messer ab. Zwei Monate später wurde ein Müllsack mit Dominiques Arm und linken Bein gefunden. Alles wurde fachmännisch abgetrennt. In der Nähe dieser lagen nochmals Müllsäcke mit Tierknochen und Tierabfällen und auch Gewebeteilen. Man geht davon aus, dass diese auch vom selben Täter gestammt haben. Auch zeigten die Verwesungsmerkmale von Dominiques Leiche, dass der Täter die Leiche aufbewahrt haben muss, um sich vermutlich länger damit zu beschäftigen. Vermutlich wurde sie auch einige Tage in einer Kühltruhe aufbewahrt. Manfred Seel machte dann 1996 aufgrund seiner Alkoholsucht eine Entziehungskur in Erbach im Odenwald. Währenddessen dann später ein anderes mutmaßliches Opfer angenommen wird. Im Juli 1996 Pia Isabel Heim gelernte Bankangestellte. Sie war psychisch krank, litt unter Schizophrenie, für die sie auch Tabletten einnahm. Sie wurde auch im Juli 1996 vermisst gemeldet. Sie wurde in einer Kleingartenanlage in Frankfurt-Sachsenhausen gefunden. Dort fand man ihren abgetrennten Kopf. Der Rest ihres Körpers bleibt bis heute verschwunden. Im März 1998 starb dann auch der 13-jährige Tristan Brübach in Frankfurt-Höchst. Die Geschichte kennen bestimmt viele von euch. Ich verlinke in der Infobox aber mal die Folge, die ich über Tristan gemacht habe. Die Ermittler waren sich damals nicht sicher, ob Tristan ein Opfer gewesen sein könnte von Manfred Seel, wenn er auch eigentlich nicht zur Mordserie gepasst hat. Durch die Mitnahme aber der Körperteile schloss man es nicht ganz aus. Dies konnte aber mittlerweile ausgeschlossen werden durch den blutigen Fingerabdruck in Tristans Schulbuch, den man nicht Manfred Seel zuordnen konnte. Auch bei der Exhumierung Seels konnte man nur 6 von 10 Finger tauglich machen. Trotzdem scheidet Seel als Täter von Tristan aus. Im Juli 1998 verschwand dann Juli Anna Schröder, eine 18-jährige drogenabhängige Prostituierte. Sie bot sich unter anderem auch als M-Praktiken an. Sie verschwand im Frankfurter Bahnhofsviertel. Sie war in einem desolaten Zustand, das zeigen euch ja jetzt bestimmt auch gerade die Bilder. Sie wog nur noch 40 Kilo. Die Polizei geht nicht davon aus, dass sie noch lebt. Sie könnte ein Opfer von Manfred Seel gewesen sein. Im September 1990 verschwand dann noch Gabriele de Haas, eine 32-jährige, ebenfalls drogenabhängige Prostituierte. Täter konnten sich mit ihr in SM-Foren ausgetauscht haben. Sie wird noch immer vermisst und auch hier geht man von einem Tötungsdelikt aus. Ja, das waren nun die mutmaßlichen Opfer, die man bisher Manfred Seel zuschreiben konnte, laut den Ermittlungsbehörden. Man gehe nicht davon aus, dass Manfred Seel außerhalb des Rhein-Main-Gebiets gemordet hat. Auch geht die Polizei davon aus, dass Manfred Seel seine Taten vermutlich nicht immer alleine durchgeführt hat. Sein Geschäftspartner und Freund, Werner Lederer, konnte jedoch nicht mehr befragt werden. Er starb kurz vor Manfred Seel ebenfalls an Speiseröhrenkrebs. Aber ein Mitarbeiter der damaligen Firma Seel und Lederer erzählt in einem Spiegel-TV-Beitrag, den ich euch verlinken werde, dass die beiden, zum Beispiel für das Altenheim, wo Gudrun und Hatice gearbeitet haben, Entrümpelungen und Wohnungsauflösungen durchgeführt haben, also noch ein direkter Bezug dazu. Auch hatte Werner Lederer eine angemiedete Wohnung, wo Seel und Lederer mit Frauen Sex gehabt haben sollen. Es soll wohl eher eine Absteige gewesen sein zur damaligen Zeit. Das Schlafzimmer war für den damaligen Mitarbeiter absolut tabu. Er hörte manchmal ein Stöhnen und auch ein Jammern aus dem Schlafzimmer. Als er nachfragte, sagte man ihm wohl immer, da sei schon alles in Ordnung. Auch ein ehemaliges Gartengrundstück in Kronberg war sehr interessant für die Ermittler. Die stand Seel nämlich jahrelang zur Verfügung und dort stand auch eine Hütte. In dieser fand man Pornohefte und ein Polaroid von einem Frauenpo. Die Polizei schließt nicht aus, dass dort bis 2008 die Leichenfässer von Britta Simone Diallo gelagert sein könnten, da diese auch Beschädigungen aufwiesen, die möglicherweise von dem abgestürzten Hüttendach aus Kronberg stammen könnten. Auch stellt die Polizei sich bis heute die Frage, ob jemand weiß, wo Lederer und Seel ihre Abfälle entsorgten. Das ist bis heute nämlich immer noch unklar. Auch ist unklar, ob es noch weitere Lagerflächen gab und dort weitere Leichenteile, sogenannte Trophäen, liegen könnten. Die Garage nämlich, in denen die Leichenteile von Britta Simone Diallo gelagert wurden, wurde von Seels Firma erst 2008 angemietet, die Fässer mussten also fünf Jahre irgendwo anders gelagert worden sein. Die Tochter von Manfred Seel befindet sich übrigens seit dem Leichenfund in der Garage in psychologischer Behandlung. Aber trotzdem half sie den Ermittlern, den Lebenslauf ihres Vaters aufzuarbeiten, wo er sich aufhielt und wann er zum Beispiel Urlaub gemacht hat. Auch die Anwohner in Schwalbach konnten nicht fassen, was in Seels Garage gefunden wurde. Er wirkte als normaler, unscheinbarer Nachbar, dazu noch musikalisch begabt. Manche Nachbarn konnten es selbst nach dem Fund nicht glauben, dass der Seel was damit zu tun haben könnte. Und auch die Polizei zog das Fazit, dass wenn dieser Fund nicht gefunden worden wäre in dieser Garage, dass man Manfred Seel sicherlich niemals in die Ermittlungen dieser Mordfälle einbezogen hätte. In der Straße, wo Seel lebte, hielt sich übrigens auch erst das Gerücht, die Garage sei ja für jedermann zugänglich gewesen. Dem widerspricht der Vermieter der Garage von Seel, die Garage sei immer abgeschlossen gewesen. Zudem habe nicht einmal seine Familie einen Schlüssel gehabt und der Sohn des Vermieters lebte auch gleich nebenan von der Garage und konnte das wohl auch bestätigen. Auch er beschrieb Seel als höflich und unauffällig. Laut einem Artikel vor ein paar Jahren steht das Einfamilienhaus von Seel heute leer. Die Tochter lässt dieses zum damaligen Zeitpunkt gerade umbauen. Vielleicht lebt da auch heute schon jemand drin, das weiß ich jetzt natürlich nicht genau. Ein hübsches Haus in einer guten Straße mit Rapsfeldern, das keineswegs an das Haus eines brutalen, mutmaßlichen Serienmörders erinnert. Die Psychologin Katrin Streich sprach übrigens mit Katharina Iskander in einem Interview, was ich euch mal verlinken werde darüber, was in solch einem mutmaßlichen Serienmörder eigentlich vorgeht und was diesen antreibt. Oft ist Sadismus die Motivation und über das Ausleben besonders brutaler Handlungen wird dann diese sexuelle Befriedigung erlangt, so Streich. Und die eigenen Bedürfnisse des Täters stehen da ganz weit oben und die des Opfers natürlich ganz weit unten. Auch hieß es ja, wie ich euch eben erzählte, dass Seel sonst als freundlich sogar hilfsbereit wirkte. Wie passt dies also mit diesen brutalen Gewalttaten zusammen? Dazu sagt sie, dass solche Menschen oft unauffällig in unserer Gesellschaft leben. Das kann der Nachbar von nebenan sein, der jeden Morgen freundlich grüßt. Ein Mörder kann durchaus unerkannt an unserem gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und man sieht eben Leuten nicht an, dass diese Verbrecher sind. Und ja, deswegen konnte Manfred Seel wahrscheinlich auch dieses Doppelleben all diese ganzen Jahre aufrechterhalten. Ja, meine Lieben, das war jetzt die Folge zum Thema Manfred Seel. Das war zumindest für mich auch sehr harte Kost, auch bei meinen Recherchen dazu. Andererseits finde ich den Fall von Manfred Seel auch sehr interessant und macht mich auch etwas nachdenklich. Wie viele Morde hat er vermutlich wirklich begangen und hat er noch mehrere Morde begangen, wo die Leichen vielleicht bis heute nicht gefunden wurden? War er alleine oder hatte er Hilfe? Und was haben die Opfer wirklich alles erleiden müssen? Das weiß man ja gar nicht. Und vielleicht hat Seel ja auch bei seinen Auslandsreisen noch weiter gemordet. Das ist ja gar nicht klar, was er in seinen ganzen USA-Reisen vielleicht getrieben haben könnte. Was denkt ihr dazu oder generell zu dem Fall von Manfred Seel? Lasst mich das gerne mal bei YouTube oder Instagram in den Kommentaren wissen, weil ich finde diesen Fall wirklich sehr außergewöhnlich und sehr, sehr spannend. Ich wollte euch ja eigentlich auch mal den Fall vom Frank Gust vorstellen. Das ist auch mindestens genauso harte Kost wie Manfred Seel, aber da wollte ich jetzt erstmal noch mit warten, weil das auch wirklich sehr in die Tiefe geht und es auch sehr, sehr schlimm ist. Und ich finde den Fall Manfred Seel eigentlich schon schlimm genug, wie ich auch immer sage, alle meine Fälle hier auf dem Kanal sind schlimm, aber wo man dann das so genau weiß, was Opfern passiert ist, ist das schon wirklich sehr, sehr heftig und ich finde gerade auch immer diese Zerstückelungsmorde auch immer, ja, schon noch eine Spur heftiger, wie das, was man vielleicht sonst so erzählt, auch wenn natürlich alles absolut grausam und traurig ist. Jeder Mord oder auch jeder Vermisstenfall ist für die Angehörigen unfassbar schlimm, aber dieser Mord von Manfred Seel zumindest, den man ihm ja nachweisen konnte an Britta Simone Diallo ist schon wirklich sehr, sehr heftig. Ja, meine Lieben, mich würde auf jeden Fall eure Meinung zu der Folge heute interessieren und allgemein zu dem Fall Manfred Seel und damit verabschiede ich mich für heute und sage bis zu einem nächsten Fall. Eure Lia. Abonnieren Vielen Dank.